Mein Schwiegervater war einer von den vier Hafnerbrüdern. Die haben zusammen die Schreinerei wirklich aufgebaut. Wenn die Schreiner draußen auf dem Balkon ihre Brotzeit gemacht haben, da was Holz gelagert ist, mit Blick in die Weite, in die Ferne, hat meine Schwiegermama schon immer gesagt, das wäre der richtige Platz für ein Wirtshaus, das wäre der schöne Terrasse. Weil mein Mann eben unbedingt Wirt werden wollte, mit Holz hat er nichts anfangen können, mit Essen und Trinken umso mehr, haben wir uns irgendwann entschlossen, da machen wir ein Wirtshaus ein. Warum denn nicht? Das 20er-Jahre-Jubiläum hat er nicht mehr erlebt, aber die 19 Jahre, die er das Wirtshaus gehabt hat, da war er glücklich. Das war genau das, was er eigentlich wollte. Und für mich ist es natürlich eine große Freude, dass meine Kinder das auch weitermachen wollen. Das hätte ihn zwar niemals aufgeworfen, aber freut es mich natürlich schon. Wenn man zehn Momente nimmt im normalen Gaststättenleben, dann gibt es halt einen Moment, der richtig super ist, wo alles passt. Und im Endeffekt, du spürst, dass derjenige, der gerade da ist, eine richtig gescheine Zeit hat und das überträgt sich dann mehr oder weniger auf die. Ich würde mal sagen, so wie ich als auch meine Schwester hängen wir beide ziemlich an dem Wirtshaus. Wir haben ja selber auch nicht unbedingt gewusst, was uns da ist, genauer Wort, also wie das wird. Aber das ist eigentlich ganz schön. Für meine Art und Weise zum Kochen ist auch größtenteils mein Papa verantwortlich. Wenn ich mir irgendwo nicht sicher war oder irgendeine Frage gehabt habe, bin ich immer zu ihm. Und ich habe sehr viel von ihm angenommen und sehr viel auch von seiner Mentalität, wo es das Kochen betrifft, wo es bei uns jetzt einschließt, einfach Produkte aus der Region zu nehmen. Die Leute müssen einfach wieder einmal ein wenig da erinnert werden, wann was zeitig ist und wann was dann auch natürlich am besten schmeckt. Und so schafft man es ja auch, dass man überall gute Produkte hat, wenn man es sich dann kauft und hält, wenn sie auch Saison haben. Und wir wollen einfach auch für jede Gelegenheit was bieten können. Da kommen halt auch ganz unterschiedliche Leute zusammen und für das ist jetzt eigentlich da. Untertitelung des ZDF, 2020